so hallo leute und herzlich willkommen dass ihr eingecheckt habt freut mich ja so eigentlich haben wir wieder zum laufen gekriegt und jetzt beginnen wir jetzt auch die erste aufgabe hier was da ist meine neue kollegin der mich mehr angelacht irgendwo käuflich konnte man die erwerben über fünf minuten gewartet hat ja freut mich dass er wieder zuschaut und jetzt gehen wir erstmal eine runde zocken und ich wünsche euch viel spaß dabei und dann geht's ab zum gameplay das weiß ich gar nicht was in der mann soll dass die scheißbrücke wenn ich mich erinnere war da irgendwo geholt dass man das moped kommt oder zumindest ein auto die blöde kuh schießt auf mich friendly feier hier ich glaube ich brennen hoffentlich fährst du besser als du schießt das war ein wenig ich arbeite dran lockerer zu werden mit diesem fach und so die hauen gerade aus So, auf in Feindesland. Wo sind wir denn hier? Kürbisfarmen, dann sollten wir gleich mal rechts rum fahren. Soll ich jetzt das Ende, da ist nichts mehr? Und dann geht's die Runde. Soll ich das Ende. Soll ich das Ende. Soll ich das Ende. Soll ich das Ende. So, freie Insekten der Außenpersonen, das machen wir jetzt auch. Ein bisschen viel Autofahren jetzt, ne? Vorher bin ich das erste Fuß gegangen, heute wird gefahren. Aber vorher befahren wir da ein paar Leute. Ausräumen, weiter geht's. So, hau ab. Okay, da verpässt du dich. So, ab ins Auto befreit bist du. Next one. Ich such mir einen besseren Winkel. Jetzt führst du, dass er einsteigt sich. Rollen, keine Gnade. Jetzt führst du dich. Jetzt führst du dich. Mach das denn? Das ist eine kleine fiese Gemüsehändler, der geht mir auf den Sack. Ich seh nix. Oh, der Faffer über das Rennen. Komm, ich fahr' ich weg, gell. Ja, jetzt halt, mach's, schub' mal. Gib' mal Ruhe dann jemand, das reicht. Ich muss uns vergeben, aber du hast ja genug davon. Wie weit ist denn das, ne? Ich bin zu viel zu weit. Da komm' ich nie mehr weiter. Hahaha. Erstmal ein bisschen plündern gehen. Hier ist es nicht gut, ich bin unterwegs. Also die Tankstellen sind dann auch alle gleich aus. Noch cool in der Kasse? Boah, ist ja wieder leer. Was für Plündern? Ich hab Hunger. Pizza, kann man mal angucken. Oh, da sind sie, da sind sie, unsere Freunde. Mit der Tat gekommen ist, an den du mich erlöst. Dich erlöse ich auch ein, für allemal, du Arsch. Äh. Auf... Nimmerwieder geht ich dir den Arsch. So, Auto holen, weiter geht's im 6. Ne, es war nicht knapp. Willst du diesmal fahren? Ich muss mich da rein hinsetzen. Was machst du da hinten drin? Sag mal, brennst du? So, weh. So, weh. Boah, schnell verfahren. Panzer? Boah, schon wieder so ein LKW. Oh, immer dieses Abknallen unterwegs. Ich such mir einen besseren Winkel. Konzentriert bleiben. Du bekommst das Ende, das du verdient. Töte die Gefangenen. Da sind sie. Lass sie nicht wieder... Guter Schutz. So, LKW-Wechsel. Ab. Naja, ich atme noch. Macht nichts. Du wirst nicht atmen. Einsteigen. Weiter geht's. Schön zu verschnafen. Ich war eine Straße und die Ketten steigen weg. Zu weniger. Oh, komm her, die ist gut. Geht's ja an mit den Blättern. In der Rache der fluchte das. Oh, mein Gott. Ich glaube, das ist gut. Wie ist es... Das war ein kleines Mal. Wir schicken euch Verstärkung gegen diese Sünder. Hat der keinen Rückbüßgang? Ah, schlack, jeder sollte fahren mit ihm auflernen. Ego, wie war das nicht so dick? Kurz weiter Versuch. 2 3 3 4 4 5 oh jetzt gehe ich nochmals rauf hier so leute das war es dann an dieser stelle es war dann schon doch schon später der sich die aufnahme gemacht habe und naja immer muss man ja auch mal zum ende kommen und das sind wir jetzt erstmal in diesem ersten teil wo ich dann halt die kollegin reviviert haben und ja sehen wir ja da gibt es einige blablabla vor spannen das wollen wir jetzt auch nicht ja ich kann mich an dieser stelle nur noch von euch verabschieden ich hoffe es hat spaß gemacht euch tut ihr habt spaß gehabt beim zuschauen und mir hat es auch mal wieder einen riesen spaß gemacht ich hoffe wir sehen uns wieder und ich checke jetzt aus das müsst ihr zwangsweise jetzt auch leider tun und ich hoffe wir sehen uns wieder zum nächsten gameplay ist ja wieder nächsten dünnerstag angesagt zwischen drei ich kann es jetzt auch mal ein paar live streams kriegen so spontan wie wir gerade bock haben hatten wir ja gerade jetzt gestern und naja wie dem auch sein wenn es spaß gemacht hat dann hebt doch den daumen in nördliche richtung freue ich mich drüber oder das doch ein abo da ansonsten wie gesagt kann ich mich nur noch von euch verabschieden nächste video schon am start und wir sehen uns wieder zum nächsten gameplay oder zum nächsten hardware check da danken